Sehr gut, sieht ein bisschen brutaler aus. So, haben wir das gemacht, Wagen ist schön optisch getunt, steht gut da. Felgen würde ich zwar noch machen, aber ich würde jetzt das ganze Geld nur dafür rauskloppen, weil nämlich die Felgen scheißteuer sind, die offiziellen zu messen. Es gibt aber auch noch andere, aber die können mir aktuell irgendwie nicht zugreifen. So, gehen wir mal wieder auf die Straße mit dem Ding. So, gehen wir mal wieder auf die Straße.